es ist doch nicht zu fassen ich töte einen und gleich liege ich daneben alter weg hier renn lauf um dein leben hast du nie gesagt du wolltest was ein lustiges video machen ach als sieht aus jung als wäre von den hobbits entsprungen keine ahnung im häuserkampf bin ich unschlagbar hast du das gesehen pk 40 hatte mir einen über die biene gedroschen was bist du im häuserkampf unsere soldaten haben mein ziel beim werfer gebaut nein du kannst doch über die barrikaden drüber springen ja oh jo also konnte ja keiner ahnen ach ja kaum dass du mich mal retten willst wenn ich daneben rette ich dich immer immer aus vollem häten ich weiß ich wollte dich bloß ärgern ja hast du gut geschafft warum treffe ich denn nicht jetzt ruhig an granade die munition von videle immer wenn ich kurz vorm töten ich weiß ich weiß auch also jetzt geht aber los hier ich kann mich nicht auf mit medizinischer versorgung ich bin da 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 wo da im haus habe ich dich rein da 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 ach so du hast sowas Ah. Ey, Erdbeer-Sani ist noch bei uns im Team. Ja klar. Cool. Sani-Boy. Guter Erdbeer-Sani. Alle schossen. Keine Sau mehr da, oder? Ah, da sind sie. Ach. Da schießt man eine MT. Wir treffen dir nix. Da hinten sitzt ein Sniper, glaube ich, rum. Ach, bei der. Nicht schwierig. Ey, Knacherler. Da drüben, Medizin, ne Munition. Da oben, Matsch, komm. Ach, weit. Das schaffe ich nicht. Oh, die hat es zerrissen. Die Miraculix hat es zerrissen. Au. Wir haben viel Donut zerstört. Na dann auf, zu anderen. Au. Das ist ein Gegner, das Armer. Warte schon, hast geschmied. Diese Mistkerle haben viel Täter zu müssen. Nein, Mine. Die Landkreis wurde zerstört. Gute Arbeit. Oh, medizinischer Hilferprodukte. Ja, das zieht mich ein. Da hat ein Panzerhauchung. Was soll denn die Scheiße? Ja, da hat einer geschrien. Wir müssen irgendwie zu Bertha oder so. Gute Arbeit. Ja, ich trau mich hier gar nicht raus. Ja, ich trau mich hier gar nicht raus. Der Fett, ihr Schaut! Scheiße. Da sind die alle. Da! Nein! Oder? Feuer. Ja. Nein. Wo sind die? Da ist er. Gabi. Gabi, ich bin Bastl. Ich bin gestaubt. Schau ab, ich schiebe noch nicht. Oh, Alter. Hier kommt es an. Es bombt hier, meine ich. Hier gehe ich nicht raus. Ich brenne wie HB-Mensche. Wieso das? Die Kartellerie. Der Renter. Randolf. Der Rammler. Oh. Das sind viele. Hier, was ist los? Da ist einer. Oh, der ist zu weit für mich. Da hieb mich, was ich hingeschossen habe. Der ist zu weit für mich. Nimm du ihn. Wie soll ich das machen? Ich hänge fest. Da. Ich renne mal hin. Der Typ mit dir packt 40. Alter. Oh nein, da ist ja der Teufel. Oh, getroffen. So weit weg. So weit weg. Wie gewonnen. So zerronnen. Kaum legst du einen umgekommen, dann legst du daneben wie Big 7. Ah, verstehe ich das System. Es kann doch nicht sein, Alter. Immer wenn ich einen umliehe, dann liege ich gleich daneben. Gute Arbeit. Die Schlacht ist halb gewonnen. E. 1. 7. Und nach drüben. Oh, er schiesst mich noch einer. Bei meinem Reparaturversuch, aber. Euch. Oh, da kommt... Da seh ich's. Da oben. Oh, geil. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ehrlich? Krass. Ah. Ich bin gehabt. Mann. Das hat sich gelohnt. Ey. Wahnsinn. Ich hab's auf 30 hochkatapultiert. Ja, das war durch diese... schüße... Maus... Handbomben. Ist ja irgendwo Medizin am Start. Komm zu mir. Sind die alle. Au. Aha. Ich sag noch, wo sind die alle und so krieg ich ne Kugel in den Arsch. Mhm. Wir haben viel Wasser verschlappt. Da bist du ja. Grüß dich. Brauchst du immer noch Medizin? Natürlich. Warte. Ich geb dir... Wo bist du denn? Warte. Hast du denn ein Mäuschen? Ich bin wieder draußen. Warte mal. Bleib mal stehen. Dann geb ich dir. Brrrr. Ich bin wie ein Wiesel. Hallo. Danke. Ich renn dir dauernd hinterher. Warte. Warte. Ich lebe wieder. Oh. Warte Laurie. Rauschen. Ja, ja. Brenn da. Danke. Oh Feinde kommen. Feinde kommen. Komm. Helfen. Ja. Ich komm. Nee. Ich meine mich. Ja. Wo bist du? Ich hab den Kameraden gerettet. Deinen Job gemacht sozusagen. Die fallen ja aus allen Löchern hier. Die sind doch nicht ganz dicht. Mann. Ich sehe nichts. Es ist doch nicht zu fassen. Was ist das? Ich töte einen und gleich liege ich daneben. Danke. Ja weg hier. Renn. Lauf um dein Leben. Pfff. Ich hab gesehen. Aber au. Ich wusste es. Wie dein zarter Arsch in Scherben gegangen ist. Warte ich heb dich auf. Nein, der ist weg. Er hat resigniert. Aber ich wollte zurückkommen. Wie sich das so gehört. Was ist denn rum? Da bist du. Woher rennen die ja immer her? Oh. Der ist weg. Au. Eieieiei. Der kriegt ja Panik. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Mit dieser Schnelligkeit. Und das erkennen. Kommst du? Ja. Warte. Du brauchst. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja. Gib mal Medizin. Ja. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Ach du schmeißt die ja nicht. Du weckst ja immer hin. Ich bin nicht der Schmeißer. Ich bin mehr Wasser. Wenn eine Frau zu dir sagt. Hast du das mit mir zu danken? Nee danke. Ich bin mehr der Ficker. Hahaha. Hahaha. Da ist so geil der Schuss. Hahaha. Ich bin hier schon zum 20. Mal um das Haus herrug. Mhm. Weil die dauernd mitballern hier. Danke. Ich bin mehr der Ficker. Hahaha. Sehr geil. Okay. Nimmst du auf, ne? Ja klar. Ach du tschüss. jetzt wird alles aufgezeichnet für die nachwelt protokolliert alles darfst darfst du das machen nur nicht mein Kind sein was sind viele? da oben auch? Krieg ich denn mit? oh Gott ja da hab ich denn noch in die Fresse geschossen hast du nie gesagt du wolltest was für ein lustiges Video machen? das ist doch nicht schimpfst wie ein Rohrspanz nein wenn sich die kranken vor Schmerz winden ja tut mir leid oh hinter mir scheiße hab ichs doch gehört ach ne da hat er noch gehockt mit der Schrotflinte hockt in der Bude aber du musst mir sagen wo diese Top-Sau dieses Camper-Schwein steht in seiner Drecks-Scheiß-Ecke Mann da knallt mich ab nein das kannst du doch nicht sagen doch die schwulen Engländer ich bin ne Lesbe ich brauch das schmeiß ich das jetzt hin? haus irgendwo hin nein Kanada nein hier fliegt die Artillerie rum ja lass sie ich kann nicht werden guck mal wie die Staubi schmeide du kriegst ja wirklich nicht hin boah alter du bist aber ein Tier Junge du gehst aber ab heute hier ja ha ha ich bin au los Anton wenn ich wüsste wenn ich wüsste wohnt die sind möchte ich jetzt mal irgendwo sein oh wir haben uns gegen eigentlich erschossen ich hab mich hier sehen mit nem Löffel in der Fresse ja das ist wieder das ist wieder irgendwas hier gönnt hat recht hat recht ich hab mich hier nirgendwo stehen zu bleiben um zu zielen weil du da gleich 20 Sniperes ins Gesicht rückst scheiß weg hier scheiß weg hier scheiß weg hier wahnsinn jetzt hat mich doch einer abgeknallt von da was Miraculix repariert seinen Panzer fahr ich mit fahr ich mit mit ich fahr mit lieber schlecht gefahren als gut gelaufen mit los jetzt du kannst mich ruhig retten komm wir schon ach baby der denkt an mich oh shi wo ist der scheiß Panzer hin das ist das ist der die 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 Ich brauche einfach mehr Munition. Ich will mich viel besser treffen. Zielwerter wurde komplett mit einem Sprengsatz versehen. Au. Au. Nee, Alter, oder? Wettung Gnade. Ach, nein. Wo kommst du her? Ich hab gerade mit dem Urlaub. Oh, man. Ich brauche Medizin. Nein, die haut rein. Was? Hier in einem Haus. Bleib stehen. Ah. Medizinische Versorgung. Wieso häng ich denn hier? Wo hängst du? An irgendeiner Wand häng ich. Ich wollte weg. Ich geh mal zu B. Ich hoffe dich. Ich sammel jetzt noch mal zu der Atombombe, dass wir dich auf einmal umlegen. Habe ich noch? Ich bin hier die... Nein! Haben wir gewonnen? Ja. Ja, immer. Boah, ich hab 31 und du warst 58, Alter. Du bist doch wahnsinnig. Ja. Tag. 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 Abs.